Hallo Leute, da sind wir wieder. Ja, zurück bei Pokémon Rubin Saphir. Das Mikro steht auf mein Controller-Kabel. Das ist doch nicht mein Problem. So, jetzt kann es weit hergehen. Letztes Mal haben wir nach der Devon Cop aufgehört. Wir haben die Pokénav bekommen und jetzt haben wir eine Karte. Und du hast das eben nachgespielt, damit man die ganze Aktion mit dem Chef da nicht sehen muss. Genau, jetzt müssen wir nach Gen Süden, aber ich hole mir eben kurz das Item hier oben. Ja, also, wenn wir gehen Süden, dann gehen wir mal hin. Ich gehe einfach mal vor. Da wartet nämlich Maike, Maike auf dich. Ich spreche mal an. Du musst lesen. Achso, oh, hi Ed, Troy. Wie geht es deinem Poképlex voran? Meiner sieht ganz schön anständig aus. Ich habe in Blütenburg-Wald-Pokémon gefangen, bis ich keine Pokéwelle mehr hatte. Wow, das war ja sehr informativ. Warum sagt ihr uns das? Ich dachte, mein Kämpf ging nie. Nee, dachte ich auch immer, aber das ist nicht so. Oh, den kann man sich ja holen jetzt. Stimmt, wir können ja jetzt Serge Schneider benutzen. Aber ich glaube, dass es auch nichts Tolles ist. Nö. Oh, doch, was Tolles, Mensch. Oh, X-Treffer muss ich unbedingt holen. Ich warte kurz. Damit wir ja synchron weitergehen können. Ja. Verdammt. Du Arsch. Ich bin schneller. Nein, ich renge in den Zaun. Warte, du. Ja, genau. Hier noch lang. Verdammt, du bist schneller. Zickzack bist du langsam. Ja. Wenn ich Glück habe, kommt kein Pokémon. Ja! Die kämpft, glaube ich. Ne, die gibt eine Wondersaat. Oh, hübsch, das ist der Wonder-Arena von Metacross-City. Du siehst wie ein Trainer aus. Da musst du dieses Item ausprobieren. Und das braucht halt. Das brauche ich. Das erhöht Pflanzenattacken. Genau. Aber ich habe keinen Pflanzenbau gemacht. Ich aber schon, ne? Was? Ja, ne? Superbar. Das ist ja Hyper. Ne, das ist ja Mega. Es gibt keine Mega-Belle. Äh, wenn man... Ja, es gibt den Meisterball noch. So. Da unten in der Ecke, das freie Feld, da müsste auch was liegen. Zickzacks. LeFly. Jawoll, ein Minipilz. Genau, noch einen. Noch einen und dann kann man den eintauschen wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war nur Feuerrot. Hier war das mit Herzschuppen. Ein Kanils. Soll ich mir das fangen? Ein Kanister. Du brauchst doch für Blitz. Spend eigentlich. Ich benutze das sonst eh nicht. Wenn ich das mal trainieren will, dann fange ich mir ein neues. Weil wir holen uns ja später auch noch den EP-Teil an. Ja. Ich sag jetzt nicht wann und wo, aber... Ich weiß gerade auch nicht wo. Ich weiß wo. Okay. Ich wollte es noch nicht sagen. Weil wir Arsch sind. Arschig. Weil wir Arsch sind. Wir sind Arsch. Wir sind voll Arsch. Wut? Wie? Nicht alles gut in der Hood bei dir? Ich kann aber auch mich angeeignen. Einen noch und sonst töt' ich es. Und ja, töten, nicht besiegen. Ja, man tötet es. Alter, das ist aber... Ich kann aber auch nicht mehr... Hallo Frau. Ich kann nicht mehr angreifen, leider. Wobei, jetzt könnte ich nochmal versuchen. Jetzt hat er sich gestärkt. Ich glaube, ich überlebe das dann. Dann war viel Glück. Ne, tot. Schade. Ich war einfach zu heftig. Ja. Da oben noch etwas. Ein X-Angriff, den hast du ja auch irgendwo geholt. Ja. So, da ist nämlich das... Das Haus von dem Brick. Der Hood. Ach ne, dem Brack. Ja, genau. Mr. Brack. Oh, noch ein... Das. Der Typ von... Den musst du vorlesen. Den Einhofer. Mr. Wartemähchen. Immer langsam, Peco. Hm. Du bist Troy. Du hast meinen Liebling Peco gerettet. Wir verdanken dir sehr viel. Wie bitte? Du möchtest mit mir segeln? Hm. Hm. Du musst einen Brief in Faustauerhafen und ein Paket in Grafitport City abgeben. Du bist aber gut beschäftigt. Aber deine Bitte ist überhaupt kein Problem für mich. Ich habe Zeug. Ich bin alt. Bei mir bist du richtig. Wir setzen segeln in Faustauerhafen. Oh, ja. Holy Shit. Faustauerhafen. Oh, ich drück auch wieder B, Idiot. Anker. Gay. Lagt hier noch was? Ja. Ne, da nicht. So. Jetzt setzen wir Segel. Warte. Da liegt doch gar nichts. Ne. Dann liegt da nichts. Aber ich dachte, du hast doch ja gesagt. Deswegen dachte ich, da kommt was. Nein. Arsch. Ha. Loch. Ja, komm. Ich habe zu tun. Ich weiß. So. Wir sind in Faustauerhafen angelangt. Übrigens. Kann ich mir zweimal sagen. Wer kann meiner Team-Pokémon da fangen? Ich eins. Denke ich doch. Ne, wenn ich zwei fangen kann, kannst du da gar keins fangen. Das muss ausgeglichen sein. Entweder jeder eins oder einer beide oder ne? Na sicher. Dann geht das nicht. Das muss schon im Gleichen sein. Okay, ja. Ahoi. Wir haben in Faustauerhafen einen Anker geworfen. Ich vermute, du wirst diesen Brief jetzt diesen Troy bringen. Also mir selbst. Ja, ist wie eine E-Mail an dich selbst schicken. Ja. Die wollen kämpfen. Was machen Anker und sie auf Toilette müssen? Ich pisse ins Meer. Ja. Ich glaube, der hat einen Carpador Level 15. Wenigstens eins. Heftiger Typ. Heftiger Typ. Heftiger Typ. Jetzt habe ich auch ein bisschen aufgeholt. Er hat das Exalibur gezogen. Und ähm... Ich weiß nicht, kriegt man hier schon ne Angel? Ja, in der Stadt. Von dem Typen kriegt man die Angel. Kriegt man hier nur Carpador damit? Ja, ist die Angel. Hätte ja auch sagen können, dass wir das irgendwo mal geändert haben. Dann krieg ich mein Teammitglied doch erst später. Jetzt hast du's verraten. Ich hab ja genug gesagt, dass das ein Wasser-Pokémon ist. Bei... Oh, 270. Heftig. Ja. Flügelstack, endlich. Ah, 13. Und äh... Wasser-Pokémon braucht man noch hoch für sein Team. Du hast ja schon eins als Starter. Nee? Welches denn? Ahlois. Ahlois. So hieß ne Hauptperson in Black Banda. Wie? Ahlois. Wie der andere Angler. Ahlois? Ahlois Transe hieß der. Transe. Ja, Transe. Äh... Übrigens der Stein da oben, der einzeln steht bei mir, den man grad sieht, da gibt's ein Item glaub ich. Oh, dann hol ich mir den... den Item gleich mal. Und über der Höhle durch diesen kleinen schmalen Streifen kann man auch mal gehen, damit so auch was mit dem Ende. Ich fand das cool, früher hat man immer Item gesagt und nicht Item. Wie viel Item? Das sei Item. Item ist ja auch die richtige Aussprache. Siehst du? Item klingt blöd. Aber man dachte halt nicht, dass es Anglizismen gibt. Angeln gibt's ja. Ja. Natürlich. Verarscht. Entschuldigung. Aber du gibst echt wenig Leben auf... äh... EP? EP. Obwohl das fast auf meinem Level war. Ja, das ist halt Carpador. Es kann halt nur wenig EP geben. Du hast recht, das heißt... Es heißt Alois. Ja. Aloe Vera. Yeah, Volltreffer. Ich habe das Anglai besiegt. Also hab ich 200% Schaden gehabt gemacht, ne? 50% mehr war Volltreffer? Ja, 150% macht man dann. Ja, und durch Step auch noch. Ach so. Ja, dann machst du... 200%. Dann machst du insgesamt... Ne, einen davor, auf dem Feld, auf dem du grad standest. Ja, ich hab grad das Flugzeug bekommen. Belang Flugzeug? Ne, zwei hab dann ja. Ich mein nicht beim Stein, da auf dem Weg, am Ende, wo du grad standest, auf dem Feld. Ne, da hätte da was liegen müssen, glaub ich. Echt? Ich geh... Na gut, geh du hin. Ich mein, ich brauch das Item ja auch. Da... Ah, tatsächlich. Ne, aber das Flugzeug gibt's in der Höhle gleich. Ganz links. Ne, aber hier war doch auch grade was. Ja, da mag auch was. Aber in der Höhle gibt's was Flugzeug. Na dann. So, hier kriegen wir das nächste VM. Die wir ja eigentlich auch brauchen. Aber, ich würde sagen, wir fangen hier nur unsere Team-Pokémon und dann machen wir die Arena. Weil durch die Arena können wir Splits benutzen. Stimmt. Und hier dunkel durch die Höhle zu gehen, ist für die Zuschauer, glaub ich, ein bisschen doof. Stimmt, man will ja sehen, was da... wie der Weg ist. Ja, deswegen fangen wir jetzt hier unsere Team-Mitglieder. Und meins ist schon da. Hallo, Subat. Mach... Makrohita gibt's ja. Das will ich aber nicht haben. Wie ist der Name? Also ist der Name eigentlich egal, oder? Der Nickname? Das ist ein blöder Name. Ah, das muss der Nennung sein. Ach so. Deswegen. Weil ich muss auf das... Ja, hier ist das Flugzeug. Ja genau. Der Splitsname muss dem Geschlecht passen. Genau wie bei meinem Nuss-Pokémon hier. Planas. Verdammt, ey. Geh mal... Da ist Makrohita. Ja. Ich geh jetzt einfach mal hier so ein bisschen... Ich hoffe, es kommt auch gleich. Also ich weiß gar nicht, wie's... Brennen, dann ist die Chance höher des Pokémon. Hier der, äh, das ist übrigens... Da braucht man das schnelle Rad, das Eilrad. Ja. Da kann man dann noch... Ja, da ist es schon, das will ich haben. Ja. Ein Stolunior. Da brauche ich aber eher ein Männliches, ne? Ja. Scheiße. Ja, dann... Muss ich wohl, ne? Ja. Schade, schade. Ja, ich hatte ja auch ein Weibes zu weit. Das könnte ein bisschen dauern. Also... Die nächsten Sendungen verschieben sich um einigen Minuten. Eigentlich nicht. Das sind Videos. Oh, noch eins. Jawoll. Meins ist stärker. Dafür töte ich auch das. Oh, wow. Es hat blaue Augen. Oh Gott, das macht ja gar keinen Schaden. Ja, vielfach nicht sehr effektiv. Echt? Ja, Stahl und... äh, Stein. Na komm, du kriegst es tot. Ja, ja. Ein Volltreffer. Ist auch nicht sehr effektiv. Ist ja auch normal. Und tot. Ein Volltreffer. Weißt du, was eine Todkraft hier ist? Spukball. Oh, interessant. Ach, der sieht auch so aus. Zickzacks hat ein Item wieder. Cool. Ich glaube, eins vielleicht auch. Ah, das wird jetzt schwierig. Wieso nicht das... Na, Tecken. Aber das bringt ja nichts. Boden bringt nichts, ne? Doch. Boden ist vierfach sehr effektiv. Was? Oh, scheiße. Dann kann ich das ja nicht einsetzen. Und Wasser auch nicht. Ja. Ach, kann ich... Nee, nee. Oh, ich war zu lange nicht beim... Ey, was soll... Ich... Ich kann ja nichts machen. Oh, scheiße, ey. Tja, doof war's. Ja, sehr doof. Das ist a doof Software. Boden ist gut gegen Stein und Stahl. Und? Ja. Kannst ja austesten. Oh, doch. Dann müsste es ja sehr, sehr effektiv sein. Ja, das steht ja nur nicht. Das müssten die mal einfügen. Äh, einführen. Dann wüssten auch Leute, die sich nicht damit auskennen, dass es sowas gibt. Ich geh jetzt trotzdem in die Höhle entlang und wir können bei dir dann sehen, dass es... wie der Weg ist. Na gut. Ach, Mann. Wobei, ich glaube, ich hab ein Item verpasst. Gut, dann geh ich da auch rein. Ich mein, die Höhle ist nicht so groß. Gibt's auch nicht wirklich viel zu sehen. Das sind einfach Steinbämmen überall. Man kann eigentlich einfach in der Wand um lang gehen. So, hier weiß ich jetzt nicht mehr, wo's lang geht. Kann man sich suchen. Aber die Höhle ist nicht so, dass man sich verirren kann. Ja. Jawoll, das will ich auch haben, übrigens. Oh, ne. Nicht schon wieder mein Handy. Das könnte mit Tackle sogar... Scheiße, Tackle hat keine Wirkung. Hab ich vergessen. Ja. Zubyris ist nämlich ein besonderes Pokon in der Hinsicht. Dass es, ähm, keine Schwächen hat. Gar keine. Überhaupt gar keine Schwäche. Ja. Das ist richtig. Und? Weil es Geist ist und Unlicht. Ja. Oh Gott. Ach, die bringen aber auch beide nichts, Mann. Ja. Ich kann's mir nicht fangen. Ich kann's echt nicht fangen. Dann musst du dir was überlegen. Du kannst wieder Glück haben mit Bokedellen. Bokedellen, ja. Ich bin ja nicht überall, aber es gibt ja eh nichts. Es wird nichts. Das hab ich gar nicht geschwächt. Siehste? Scheiße. Was soll ich denn jetzt machen? Kein Plan. Achso, hier ist es. Ein Evigestein. Ja, das überlebt. Ja, das überlebt. Gut. Na komm, ich werd doch hier wohl noch ein Männisches Zuby finden. Oh Gott, das überlebt. Ey, ich hab kein Pokémon mehr. Ich muss erst mal heilen. Na dann mal viel Glück. So. Damit ich's auch ganz sicher schaffe. Ich will jetzt nicht sterben. Wenn der Nachtnimmel mitmacht... Ja, siehst du, zehn Schaden. So. Ist gar nicht mal so wenig. Ich bin schon fertig. Verdammt. Doch, der hat einen Superball verdient. Mein Gott. Der hat Edelsteine als Augen. Der hat einen Superball verdient. Auf jeden Fall. Es hat glaube ich einen Rubin und einen Saphir auf dem Körper. Och komm schon. Ey, ich hab einen Superball benutzt und es hat fast kein Leben mehr. Was soll das denn? Das ist immer dann Pech. Oh, klar schon. Oh, das gibt's ja auch. Muss ich gar nicht. Ey, ich hab auch nur noch vier Pokémon-Bälle. Bitte. Wieso? Ist dann ne ziemlich niedrige Fangrate nur so am Rande. Ja, und wieso? Klappt das dann nicht? Ja, niedrige Fangrate heißt, es ist schwer zu fangen. Ach so. Scheiße. Die Chance, es zu fangen, ist nicht sehr hoch. Heißt das? Ah, okay. Habe ich andersrum versteifelt. Ja. Och komm schon, du Arschloch. Ich verliere meine Wortgewandtheit, wenn ich verzweifelt bin. Ha. Du bist Verzweifler? Ich hab keine AP mehr, ja genau. Ich setze jetzt noch meinen letzten Torgeball ein und dann töte ich es. Und dann mache ich Fluchtseil, damit ich mich heilen kann und dann reg ich mich noch ein bisschen auf. Ja. Und in der Zwischenzeit so wie immer noch ein Männchen Stubart. Hast du Troy schon angeredet? Ne. Da warte ich noch. Ah. Ich hab aber noch einmal gehört gesehen. Mein Gott. Das ist hier bitte schön für ne Pussyparty. Ey. Boah. Und es gibt hier keinen Markt, ne? Ne. Musst du ganz zurückfahren. Bis nach Blutenburg City. Oh. Verdammt dragst. Na geht doch. Oh Gott ey. Gut, dass das... Oh, das ist vielfach nicht sehr effektiv. Ja. Ja. Spukball tötet das wahrscheinlich. Soll ich jetzt Fluchtseil machen oder? Hm. Kann ich jetzt Fluchtseil? Äh. Kannst du dann Troy doch noch nicht machen? Ja. Kann ich was zusammen machen? Ja, ich warte auf dich. Ich will das Zubart dann eh noch trainieren. Machst du eine Scheiße ey. So geht's doch nicht. Ich kann mir jetzt nichts fangen. Ich will eigentlich nicht zurückfahren. Musst du aber wohl. Ja, ich will das. Was soll ich das denn machen? Das heißt, ich muss Scheude mitruieren, damit ich dann das einsetzen kann gegen Zubires. Du kannst einfach Schnabel benutzen. Oh nein, das ist vielleicht zu viel. Aber ich muss ja auch irgendwie Stolumier fangen können. Ja, stimmt. No good, nice. Yay. Ich hab's getötet aus Versehen. So, hier, Jungglück, dann sofort nach vorne. Äh. Shit happens. Ja, wir haben jetzt Zeit. Ey, was ist das? Die Folge ist auch schon gleich wieder vorbei. Wir haben sehr viel geschafft heute. Aber Abra gibt's hier übrigens auch. Es gibt ja schon viele Bocken an dieser Höhle. Ja, aber in meinem privaten Spielstand auf dem Platz grün hatte ich den Simsalah, weil wir getauscht hatten. Ja. Und deswegen will ich hier keine Abra fangen. Ja, und ich hab auch keinen Bock drauf. Makroita. Ich sag dir mal Makroita. Ich weiß noch nicht warum. Gibt's denn Blütenburg? Ne, kein Center, äh, kein Markt, oder? Doch, Blütenburg nach rechts. Hier ist einfach. Gibt's da einen? Ja. Ich dachte, da gibt's keinen Markt. Ich weiß, wo Blütenburg sind. Das musst du mir nicht sagen, aber... Na, da wo du schon denkst, dass überall Rosalstadt ist. Dann geht doch. Ja. Wo ist denn hier ein Markt? Ach doch, da. Ich dachte, da ist keiner. Ich seh nur so ein Gebäude mit einem blauen Dach. Wo ist denn hier der Markt? Ne, 34 Bälle bräuchte ich glaube ich nicht. Ne. Aber 25 sollte mir erstmal reichen. Oh, 5000. Oh, er gibt mir eine Premiere-Wahl. Ach stimmt, alle 10 Bälle kriegt man eine Premiere-Wahl dazu. Das heißt, es macht mehr Sinn, immer 10 Stück auf einmal zu kaufen. Ja, das hab ich vergessen. Ja, das hat geklappt. Ich weiß, wie viele Getränke ich noch grad hab, aber ich kaufe nur noch weg. Oh, an Fluchtzeile sollte ich mir... Oh, ich hab kein Geld mehr. Oh, ich hab den Pokédex-Dings vergessen. Ja, das ist nicht wichtig. So, der Name von meinem Zubat ist... Ist total dämlich. Ist total episch. War immer alles groß. Hast du doch auch. Ne, das gar nicht. Meine Pokonamen alle groß. Er heißt Batman. Ich find das so dämlich. Ah, Batman. Er rächt sich für seine Eltern. Bei Banne. Dieser alte Mann hat ein gutes Gedächtnis. Der weiß immer noch, was ich machen muss. Aber der hat ja auch nichts zu tun, außer um den Tisch rum zu laufen. Ja, er hat sich wahrscheinlich extra eine Notiz gemacht dafür. Ist ein gutes Training eigentlich. Ja, ich geh mal raus und trainiere meinen Zubat in der Zwischenzeit. Bis du deine Pokon da hast. Zieh deine Jacke an, das ist kalt draußen. Ja, okay. Oh, das sieht ja cool aus von hinten. Ja. Ich find Golbat voll hässlich. Ich find Golbat voll cool, aber X-Bud ist sowieso der King. Ja, das ist richtig geil. X-Bud ist der King of Currywurst. Warum hat Golbat denn so einen großen Mund? Weil es viel Essen muss. Hier übrigens... Oh, wow! Ich hol mir kurz mal die Angle hier. Ach, da. Okay. Und es gibt hier noch den Seidenschal, der Normal-Attacken verstärkt. Hm. Oh, ne Attacken. Ich kann wirklich keins meiner Pokémon gerade. Ich hol's mir trotzdem. Aber ja, red doch nicht so viel. Ich hab deine Ahnung, jetzt lass mich in Ruhe. Arschloch. Verzeihung. Aber das musste sein. Ich fand mir grad irgendwie nur Pokémon, die am Anfang schwer zu trainieren sind, hab ich das Gefühl. Ich glaub, hier gibt's das nicht. Ja? Ja? Ja, irgendwie schon. Weil... Lana... Oder... San Moritzel. San Moritzel. San Moritzel. San Moritzel konnte am Anfang nur mit Geduld und Härtner und Zubando-Boost auch ganz super schalten. Ja. Tolle Pokémon. Naja, aber jetzt geht's ja. Naja, wir kriegen bald den IP-Teiler, dann klappt das schon. Echt? Ist das so bald? Ja, ja. Ich verrate jetzt noch nicht wann, aber... Warte mal, ist das der draußen, der die mir den gibt? Ich hoffe es. Ich hab keinen Bock, die alle anzuquatschen. Das ist übrigens, äh, hier, auf Faustdauerhafen reden sie immer von irgendeiner Sache, die ganz toll ist. Und das ist immer zufällig was anderes. Ja. Es gibt, ähm, ich glaub auf Englisch kann man Adult Manga eingeben. Haha. So, jetzt frag ich mich, vielleicht eher... Ah ja, der hat ganz viele Sachen von Zusammenbad. Zusammenbad. Ne, Bart. Achso, Zusammenbad. Zusammenbad? Das ist ja genauso schlimm wie Adult Manga. Ja, sozusagen. Okay, was ist bei mir? Ich mag jetzt das Hip auch irgendwie, ne? Achso, natürlich, natürlich Service. Das ist so geil. Oh Gott. Kann man das nicht auch irgendwo ändern? Ja, du kannst, obwohl du kannst mit dem Rauch... Ach hier, wenn man Nein sagt. Ach. Und dann kann man hier was Eigenes einnehmen. Die jetzt, aber komm. Hallo, irgendwo gibt's doch hier den... Gibt's nicht. Warte mal. Es gibt nicht Fan als Wort. Ich wollte Fan-Service machen. Ah, Junge. Ja, Seichal, siehste. Das Haus direkt neben Brick. Okay. Brick. Also neben dem Steg. Da musst du rein mit dem Typen am Tisch anquatschen. Ich wusste doch, hier gibt's den Seichal. So, ich hab jetzt... Ich hab jetzt die Bälle nicht vergessen, fällt mir grad an. Ich hab sie gekauft. Gut. Du bist so ein Idiot. Ey, wir haben schon überzogen. Ah. Oh, Scheiße. Ich hasse das, wenn wir überziehen. Komm, stell dich jetzt vor Center kurz. Dann speichern wir. Dann kannst du ja gleich weitermachen. BBB. Ja, es ist... Ja, es ist super toll. Definitiv. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Noch nicht. Ey, wieso hab ich so viel mehr Spielzeit? Ach so, dein zweier unterbrochen. Ja. Dann sagst du jetzt schon Tschüss. Noch nicht. So, jetzt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.